Wir tauchen jetzt gemeinsam in den wundervollen Klang der Mantras ein. Narayana Hariom Hariom ist eine indische Grußformel und bedeutet unter anderem Ich grüße das Göttliche in dir Ich wende mich mit Liebe an dich Sobald ein Mantra ausklingt, genießen wir ganz kurz die Stille. Narayana Hariom Satya Narayana Hariom Narayana Hariom Gopala Narayana Hariom Satya 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 Narayana Hariom Narayan na Haryum, Satya Narayan na Haryum. Narayan na Haryum, Satya Narayan na Haryum. Narayan na Haryum Gopalakrishnam sefasteroli onыш in his heart. Darah, Janne, Harry Harry, oh Ein Herzensmantra, ein Mantra der Demut, Entspannung und Selbstheilung. Guru wird gerne mit Lehrer oder Weisheit übersetzt, weil Guru steht für unbeschreiblich großartig ist diese Weisheit. Wundervoll bist du, führst mich vom Dunkeln zum Licht. Wundervoll bist du, führst mich vom Dunkeln zum Licht. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Guru, wahe Jiyo. Vahe Guru 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 Wahi Guru Wahi Guru Wahi Guru Wahi Dio 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 Vahe guru, Vahe guru, Vahe guru. Vaheguru, 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 Vahegiho Vaheguru, 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 Vaheguru Vaheguru, 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 Vahegiho Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das es dir erlaubt, furchtlos in das Unbekannte vorzudringen Es wird dir Schutz und geistige Balance geben ZDF für funk, 2017 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 Hapsahaihoa, Satcheda, Satchadoa, Harat, 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 Hapsahaihoa, Satcheda, Satchadoa, Harat, 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 Na, 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 na Na, 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 na Eins meiner Lieblingsmantras, das Guru-Mantra, ist ein Konzept, in allem einen Lehrer zu sehen. Meine Geburt ist mein Lehrer, mein Leben ist mein Lehrer, Krankheiten und Verletzungen sind meine Lehrer, Schwierigkeiten, Schicksalsschläge und Tod sind meine Lehrer. Es gibt den Lehrer in der unmittelbaren Nähe und es gibt den Lehrer jenseits dieser Welt. Ich verbeuge mich vor all diesen Lehrern und übergebe ihnen die Früchte all meiner Taten. Guru Prama Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Gurave Namah Guru Sakshan Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Gurave Namah Guru Prahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Brahma Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Gurave Namah Guru Sakshan Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Gurave Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Maheshwara Guru Maheshwara Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Guru Kathar Guru Maheshwara Guru Brahma Guru Sakshan Parabrah Jasma Shri Guru Brahma Guru Brahma Guru Vishnu Guru Maheshwara Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Saksha Dharam Ramha Jasvai Shri Gurave Namaha Guru Saksha Dharam Ramha Jasvai Shri Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara O Guru Saksha Dharam Ramha Jasvai Shri Gurave Namaha Guru Saksha Dharam Ramha Jasvai Shri Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Saksha Dharam Ramha Jasvai Shri Gurave Namaha Guru Guru Krrig driven by Guru的话 Jasvai Shri Gurave Namaha Jasvai Shri Gurave Namaha Jasvai Shri Gurave Namaha Darf ich Chennai auf die Bühne bitten? Chennai ist die jüngste Schank-Spielerin, die Schank ist ein Muschelhorn und dieses Instrument wird weltweit bei Ritualen benutzt. Gemäß einer durchgeführten Forschung von der Universität Berlin über den Klang ergab sich, dass der Ton eines Muschelhorns eine der besten Methoden ist, Bakterien zu zerstören innerhalb eines Radius von 365,76 Meter. Der Muschelhorn-Klang kann auch Malaria-Bakterien unter anderem zerstören. Wir spielen jetzt gemeinsam die Hanuman-Chalisa. Die Hanuman-Chalisa gemeinsam zu rezitieren ist wie ein Fest. Das Denken lässt mehr und mehr nach und die Eigenschaften Hanumans wie Mut und bedingungslose Hingabe mit diesen Eigenschaften verbinden wir uns. Das Denken lässt mehr und mehr nach und mehr nach und mehr nach und mehr nach und mehr nach. Das Denken lässt mehr und mehr nach und mehr nach und mehr nach und mehr nach und mehr nach. nhau! Day! 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 Vidiah Deo Mohir Harahukhlesha Bhikha Siyavara Ramachantra Parachesharanam Chaya Hanuman Gyanakunasag Chaya Kapishati Uloka Uchag Rama Dutta Atulita Pala Dhamma Ancha Niputra Papana Sutta Nama Mahapira Pika Rambacharangi Kumatini Vara Sumatike Sanghi Kanchana Varana Biracha Suvesa Kana Lakundala Kuncita Kesa Hatrapachra Otvace Biracha Khande Mucha Chaneo Sace Shankara Subhanakesa Khandari Nanda Techa Pratapa Maharcha Khanda Pitya Vana Guni Attitattu Rama Kachakare Beko Atu Vrapacharitara Sunni Beko Rasya Rama Lakhanasita Manapasya Sikshwarupa Dari Ziyahindikawa Bikata Rupa Dari Lankacara Vima Rupa Dari Yasura Sanghare Rama Chantara Kekacasa Vara Laya Satchiva Nalakana Chiyai Sri Rakubir Harashi Uralai Rakupati Kini Bota Paraya Tumamama Priya Bahatari Samabai Ram Sita Ram 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 Sahasavadam Tumaruchasaka Asakahi Shri Patikam Talaga Sangka Diga Brahmadi Muni Sanara Tashara Tashitahis Yamakobera Dikapala Jahanti Kapikopita Kahisake Khandi Tumma Uppakara Sukri Vankina Rama Milatya Racha Paradeena Tumma Romantra Pibishanamana Lankeshwaya Baya Sapa Chakachana Yuka Sahasta Jojana Parapanyum Liliyotahi Madurapalajana Vrabu Moturika Melimuka Mahi Jalaki Lanki Gaya Achara Chanahi Durga Makata Chakatke Cheta Tsuka Manukra Tumare Tethi Ram Tuare Jumara Kuvare Otana Agya Bino Pesare Supasakalahi Tumari Sharanam Tum Raksha Kahoko Daranam Aapanatecha Samaro Ape Dino Loka Haankate Kaampi Vuta Pisaachana Kati Nahi Aave Maha Bira Chapaname Sunave Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Ram Sita Ram Sita Ram Ram Sita Ram Sita Ram Musik 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 Ramzi ta 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 Ram Ram Sitaram, Sitaram, Sitaram Ram Sitaram, Sitaram, Sitaram Ram Sitaram, Sitaram Pavanathanai sankataharana Mangalamurati rupa Ramalakana Sitaram, Sitaram Ritaya Pasahu Surahu Siyavara Ramachandran Padacheng Sharanam Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Wir freuen uns sehr über die Sonne auf das Höchste verehrt Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Lets clearly timo Pavanathan Sitaram Pavanathan Sitaram Om Bhuva Svaha Tatsavito Vareniyam 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 Om Bo Bhuvasvaha Tatsavithu Vareniyam Baigodivas Yadimahi Yoyonarachodaya Om 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 Bo Bhuvasvaha Tatsavithu Vareniyam Baigodivas Yadimahi Yoyonarachodaya Om Bo Bhuvasvaha Tatsavithu Vareniyam Baigodivas Yadimahi Yoyonarachodaya Om Bo Bhuvasvaha Tatsavithu Vareniyam Om Baigodivas Yadimahi Yoyonarachodaya Om 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 Amen. Amen. Ein zauberhaftes Mantra zum Mitsingen findet ihr auf dem Liedtext Yamuna Thira Vihari, ein Krishna Mantra, ganz, ganz wundervoll. Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari, Gopala Krishna Burari Yamuna Thira Vihari, brindavana sanjari Gubadana Giridari Yamuna Thira Vihari Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Wir haben jetzt die Freude, euch das Mohlmantra zu spielen in der Version in der zauberhaften, wundervollen Version die Natham Kaur gespielt hat das Mohlmantra Musik 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 Ich muss stimmen hören Musik 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 Okay. Oh, okay. Musik 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 Mit einem letzten Mantra verabschieden wir uns heute zum Abschluss eines jeden Konzertes spielen wir vielleicht, wie ihr auch schon wisst J.J. Rade Romana Haribo Ja, bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Sunny hier und Petra für diesen unglaublich schönen Ort wunderschön, vielen Dank ja, an euer mitmeditieren mit lauschen, mit singen, klatschen zu meiner linken Seite der Rhythmusgott heißt Jörg Gerne ein Applaus vielen Dank und zu meiner rechten Seite Gesangsthütte bei dem nächsten Lied bitte mitklatschen oder was auch immer das ist ein Partysong zu feiern und das Leben genießen und dankbar zu sein mitklatschen und mitklatschen mitklatschen und mitklatschen Musik 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 Vielen Dank. Oh ja, bitte. Sanne möchte euch noch ein Geschenk machen, eine Mantrakarte. Nehmt euch aus der Schatztruhe intuitiv ein Mantra raus. Das ist wie ein Los. Und lest euch das Mantra durch, könnt ihr zu Hause aufstellen. Das ist wie ein Los.